Wie sie hatte der Schmaie, fangbaru in Hilches Nadurem. Nuch Hilches Schwiees, oder Rambam a Sadr, gewähn Hilches Nadurem. In Du Alza Korza, Agduma, zuht der Heilige Rambam, Hilches Nadurem, Jesch Bechlulon, Schuhloch Mitzwes, Stein Mitzwes Asai, Baachas Mitzwes Loisase, Vasei Pruton. Alef, sche Yishmer Moitze zu Fusa, Vyaseke Moitze Nudar, Am Menschel Halten Wart, was er hat gemacht an Eder, Beis, Sido Alav, Shelo Yachad, De Vura, Isol Nish Vashwachen Zahane Werte. Gimmel, sche Yufar An Eder, O Yashviyah, De Koyach, Vos Hamen, Chaot, Zitze Steben An Eder, Oden Asshviyah, Zehidina Pforas, Nedurem, HaMeforish, BaTorish, BaGzav. Yibir Mitzwes Ayli, BaPrukem Ayli. Paira Krishan, Halucha Alef, An Eder, Nechlik, Vestai Machloikes, An Eder wird zerteilt auf zwei Upteilungen, zwei Kategorias. Es ist noch mehr Koy, die man achtnehmen, als es um ein geändertes Schwieres. Wuset ihr geliebt zwischen ein Schwier und jetzt fangt man nur ein Schwieres in der Durem. Das Schwier ist, wenn ein Mensch schwert etwas in das Bekabel auf sich, es geht darauf auf die Gavre, ich will nicht essen, ich will nicht essen, ob er nicht hat gemacht, er essen, so sagen wir, ein Geftze, die es siere. An Eder ist, er macht eine Sache, wozu sagt, du war ein Nudir, er legt darauf, er isst auf die Sache. Zuck dir an, Mama, so, es wird zerteilt auf zwei Upteilungen, aber ich will nicht wissen, dass Jesus, die es um ein Atschmied, wozu 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 es um ein Atschmied, gibt es schon immer, Peirus, Medina, Pleinis, Asire, Nulai, Kolschloischem, Joem, Oilo, Oilo, ich will keinem, und ich will nicht essen, oder für heute, ich will nicht essen, der Peirus, oder mein Plein, mit Peirus, Oilo, mit Peirus, also, andere gewissen, meine Peirus, andere Wast, auf Peirus, was es für sich, als Sire, Nulai, so sein Ousser, auf mir. Vardem sucht er nicht, ein Fall, wie er ässert alle Peirus auf Aibig. Er sucht alle Peirus auf eine kurze Zeit, oder ein Peirus auf Aibig, weil er wollte er ässert, alle Peirus auf Aibig, wollte es gewöhnen, also wie ein Schwierer Schaub, ein Mensch kann nicht leben, und dem muss er so essen, und beklall Peirus ein ganzes Leben. Es bekeigabende wusste, er nimmt das Dobra-Mitter, und er ässert es auf sich. Bekall luschen, sich essen, mit zwei wehlichen Luschen, bis zwei interluschen, in andere Sprachen. Harai sei neser, bohem, wetter, user, waafopi isha einsam, schwiehe klau, etnisch gesuchtig schwer, etes geassert oben, mit ta neide, waloj askur es Shem, waloj kinni, dem amtisch, zomaibisch es nummen, waloj sei nemer, bat teure leser, iser al nafschoi, se yeser, al atzmui, dwurem, hamiturem. Er gemacht ta neide, auf die Peirus, wechayin, im Omer, harai heimolai iser. Asozam famira iser, er sucht asire mulai, oder raai mulai iser, harai aili asire, wechaylik se hishani, koire oyser, nidra iser. De heilig, wenn a menschgeit, en a assert of sich, zache, wos beetsen, wulte gemekte essen, oder teen, en a assert is of sich, dus wyt ungerief, nidra iser. Iser is halloj, se funtie bint, netzig zige bint, met epes. Haluche baiz, wechaylik hashayni, hishii chai wats, bebekorm scheine chai, boi, de zweite heilig, vana durem is, vana mensch nehmt, auf sich, inte zu brengen, ha karim, wuz beetsen, naf, enish brengen. Kikonsche, jöömer a raai, ulai, lohovi oilo, oi a raai, ulai, lohovi schlummem, oi minche, harai baeime zi, oilo, oi schlummem. A mensch kan zung, de baeime, za oilo, oda ra schlummem, en er kan zung, ich nehm, auf sich, zu brengen, na oilo, oda ra schlummem. Es ist auch der mazbe, jöömer a raai, ulai, hih an ikren neder, wuh oi mar a raai, hih an ikren neder, wana duwe, wana neder, me mine echadi, es ist derselbe gedank, elis, an der durem, chayobu machri isam, errentes auf sich, jöö der baeime, het verloeren gein, daf, etsichtel na zweiter, in der duwe, es ein chayobu machri isam, wala gesuk, da raai, zi, der baeime, sozahn heilig, aber andere nisch, wala se neme batoire, induregho ashetidor, wunit wu seichu, wunit wu geumer. Es bekitzer, dus als die einmespuche, an neder, wih adin an aduwe, of karbunus. In die zweite sort neder, in haluche baes, wichaylik zee, hih an ikren ois, so in nederai, hegdisch. De eerste sort neder, is nederai iser, wo es ha mensch aset, auf sich happens, in de zweite, is nederai hegdisch. Haluche gemo. Wad dien ein chaylik erischen, wun jön, haim se oin, wunit wu, wah arom haluche sahelie. Insga mi ets, weike dorachtin, in hilches nedoram. De eerste, geileg den nederai, iser. A wut dien ein nederai hegdisch, imish betai hem, kila misbari, bim kojman, bi hilches, maasa karbunus, wad diusse zon de achte, geileg van de sifra, ramwamus heist, cijfer awoide. In dort, gait meerweerende man wegende. Haluche dal, dmitswa sasai shal teureshek haim, ud am shviu, sa nederai, Die Menschen halten Wort. Er soll anhalten sein Schwierig oder sein Nieder. Bein siehoyen mit Niedere Isser. Bein siehoyen mit Niedere Hegde. Sehneemar. Moizusse voseichu tischmer voseichu kaschernudartu. Ve neemar kechol ajoitse mepev yaseh. Halucha hai. Wo ojser alatz memin meminai macho. Kegon schoumer ta'aynam asirem olai. Oit ta'aynam shal medine ploines asirem olai. Oit ta'aynam aili awast of gewisse fagen asirem olai. Vecha yoitse ba'ayli. Na soig lachen. Ve uchel mehen kolshi hii. Na ees ta'fala kolshi loikem in a teure. Sehneemar lo yacha el de vuroi. Chatshah fila er hat nisch gegessen kan kezayas. Cha'ayn lenedurem schir. Anneder hat nisch kan schir. Shekola noyder medover. Arayze kemifar es kolshi. Et gemach ta'neder. Un neemusse sol demanen essen. Er hat nisch gesugt ich tur es nisch essen. Er gesugt ta'aynam is ooser av mir. Es oi wat er deman tepsa pe'elef in essen. Sog me do bakante klaufen. Ein achilab chiso me kezayas. Aber duot er is des deman. Zoogt ta'ke wat er umar. Oi bezoogt ta'achile mi pe'eres medine ploines asiren olai. Oi achile mi pe'eres ayri. Einer loyka at che yoichel kezayas. Weil du weet schoen deman ta'chile in zane werte. Halukhevuf. Ooser alatz moi achile men at a'aynam. Vachile men wanovam. Baim benedere echad. Baim beshneine durem. He aset zich zai in ein ootem. At er gesugt zu zan ooser av mir. Ta'aynam wanovam. Oder zoogt es ekster. Harai aidi met starvende kezayas. Domaase weet es at sirv fra kezayas. Als obet ergesen van beide abissal. Wet es met sirv weeren. Wie geen kulke jutsu bezees. Keen weeren at sirv fin die zweine duren. Halukhezayin. Ooi med a men zjukt peiras aili olai korben. Lama zunga nits an te samt te luschen. Vriero me gereed a men zjukt. Sos ooser. Ode harai heim olai isar. Oib nits ter aluschen korben. Is es ook a weg van asseren av zich a zach. Er zoogt es af amod na weg. Maile zoogt die peiras zenen a zoj viya korben. Verstehe. Gemeint es a aseren viya korben. In de gans eeshte fall zoogt de peiras aili olai korben. Oib nits ter aluschen. 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 Kannst du jetzt neu der Zahn zermachen akarben? Kannst du schon nicht in der Ausdruck akarben? Weil du bei Dobra Usser. Nicht zu sagen, was ist ein Usser, wie bei Sarkhazer. Haluche Tess. Sehr haklal, zuog der Taka Deklal, kolamaisem Dvorem, amituram, kedvorem, muasirem. Oibewel Aser, na sagst du so Meter. Iza so, im, oisoy Dobra, hu Usser, yuchola so iso beneder. Oibkennendarek an neder, brengen Taka Zamin, Iser, willemushal akar, mara Eili Asirem, weimaheinde yuchola so iso beneder. Das ist eine Sache, was automatisch der Teure hat geasset, gewisse Sachen. Chazera, wei des Ure, hara Eili mit Turen. Haluche Yit. Ha-chataz, weu Usham, afalpish ha-einam, buam beneder, in der Dove, chad so viel amensh-kennish, stammazoi, von am eigenen Will, brengen Chathaz, weu Usham, norwemazindigt, kamoysheizbar bemkoy, mazoiwizemolenen, in Hilchashigogos, efshel annoider, lehuubi oysomachmesnidroi. Ich sage, als Shayech, sie geht daran in die Kategorie von Sachen, wo es amensh-kennish allein ziebrengen. Ich sage, sie geht zindigen, ob sie daf-mrengen ach-hataz. Und wenn sie mich schon sehen, amuushel, wie er bringt ach-hataz, ma maile, is Shayech hatfu, so wie beizuk, dee Eplech, so zahamfamir ach-hataz, oder azoi wie ach-hataz, wo zahamagite muushel, von sich zu äschen. Ah, faktisch, ist ach-hataz, als ach-hataz, wo die kessisch allein brengen, am sich, es nischkadover anudir. Das ist ja. Du kattest annoider, bin Nuzir, bin Nuzir, bin Nuzir, so vielmein, is er iso, er bringt ach-hataz. Nichts, ob das Virus kommt, maie wie ach-hataz, wo in dem Nuzir, wo er mit dem Tumme gewonnen, maie wie usham, kamo ish-hi isbar. In der Viechach, wo oymmer, amensh-kpair, is sei liulai, ke chathaz, ke usham, oysha omer, haraihaim khataz, oi haraihaim usham, harai aili as-siren. Beheret noch, war ein Zurgh, loymar, bo oymair, haraihaim oyle, war ein Zurgh, oysha omer, oysha omer, oysha omer, oysha omer, oysha omer, azo iwi, de chale, wuss meget far a koeien, er hieftes un chale, oysha omsha omsha ode meget far a koeien tribe, dus es tribe gedoele, oda wende laiwi is mafles, trimmes maasar, harai aili mitoor in es mitte, shah ein shon, derech lehuvi aili benederne dobe. Dese nishka zache, wussha mensh, kenapis noider zans, nishka dovera noider, du sagst, choi, was yedem mensh, wanne had peiris, en her willah rost nemmet, do i shem teve, wil us me saknesam, mitiwleh, daf의 geben, trimme, dus nishka dovera noider, halukhe ir, bais, ho omer, a mensh, u te raya peiris, o aili, o lai, knoysha, kepiglu, kebuusse, tummes selkudishm, harai ailias sirem, is is usser. chach afuile, du so sais hoek, nishka zache, wo es er bringt darauf und somit geschmiss, damit keine Machen hat Füße, eine Muschel zu nutzen und zu essen, keine Möschel zu nutzen, sondern keine Möschel zu nutzen, sondern keine Möschel zu nutzen. Aber nicht nur die Möschel zu nutzen, sondern keine Möschel zu nutzen. Neusser im Pegel, nicht nur die Möschel zu nutzen, sondern auch die Möschel zu nutzen. Die Terezi ist, wenn du nicht so gut bist, aber das ist neusser. Hast du gesagt, dass du einen anderen Wert aus dem Gewerner Körben hast? Ich denke, es ist ein Ärger, wie sie sagen, dass er einen Körben hat. Es hat einen Säu, der ein Bessar Körben mit einem Möschel zu nutzen. Weil neusser im Pegel, die alle Dementen sagen, kennt euch nicht nur die Möschel zu nutzen, auf Akkörben, kijk euch auf die Yesod, auf die Scheuer, auf die Eker, auf die Teuchel, was liegt in der Zahn-Werter, ist, als le Masse auf Ponsertindum mit Akkörben. In Akkörben ist, er geht die Luschen, hat Füße. Haluche, Eid Gimmel. Er ist immer noch die Möschel zu machen, die Möschel zu machen. Möschel zu machen, wenn man auf einem Lüschel zu machen, dann wird alle Möschel zu machen, die alle Möschel zu machen und die Möschel zu machen und die Möschel zu machen. Ist auch wenn auf, Masse auf Ponsertindum ist kein Kaisach, was ein Mensch beschließt, es ist automatisch jeder Zehn der Ponsertindum wird heilig. Er ist nicht immer noch die Möschel zu machen, die Menschen zu machen, nach der Möschel zu machen, aber so kann er nicht einfach alles zu machen, hat Füße, von deswegen sagt der Ammermeree Eidia Siren, ist es außer Heu, liegt die Schuße, so wie bei der Eidam. Wie bald die Kedische geschehen durch Menschen, weil auch die Menschen nicht zeigen, dass es auch für die Möschel zu machen, kein Tau, kein Sisbo, kein Himmel, weil die Menschen nicht denken, das ist die Möschel, die sie beherrn, weil die Menschen nicht geschah, die ganze Möschel ist vermasst, sondern die Menschen mit dem Menschen. Er ist auch wenn er eine Bekhardin ist, und wie gesagt, wenn er eine Heilige ist, wenn er ein Bekhardin ist, er ist eine Bekhardin im Heim, ist nicht der Mensch, der sie schließt, es ist der erste Gebäude in dem Heim, wird automatisch Kudisch mit dem Himmel, dass er ein Kedische aus dem Eidam. Und noche sage, weil eine Juche zu den Eidam, er kann auch nicht, wenn ein Mensch nicht geht, der Bekhardin im Heim, er will das mal ab, das andere Kiddiche. Rai, sie, Oile. Wir kennen die Shugnazah's auch. Das arbeitet nicht. Weil so ein Kiddiches becheuert, sie kennen sich schappen, kann sich andere Kiddiche, schenema, schlafen, wo sie nicht, lo jagdisch, isch oisek. Kept das das, a menschen, isch bekeuert, beklall zu, um a schlitte, nicht auf die Kiddiches becheuert, wo die Bechorot, bei Kimmern, und auch, du schlugst lang andere Kiddiches. Es ist klar, nicht kann du, war er nur der Beklall, aber es kann nicht sein, von der Hattfusse. Haluchhi, Yidalet. Umar, amensch, du schlugst, rahen, mulaike, chermashumayim. Adem, machel, sozan, usser, auf mir, azoi, wie, achayrim, usmeged, farnaibischen. Amensch, manadam, sam, verhegdisch, achayfitz, belushen, von chayrim, es ist machram. Es, damol, zara, ayli, asirem, scher, chermashumayim, lebeidik, habayis. waldus, asachos, amensch, kennoider, san, jetz, hati genitzt, ahadfusse, digeluschen, fin chermashumayim. En, obzug, da, amulaike, trimashalishke, sozan, auf mir, azoi, trimashalishke, dusmein, dusmegeet, machzis, ashekel, katmidem, azoi, vide, kormtummet, kadiram, azoi, vide, zimmerlech, vimehalt, behayimis, odde, helzer, kuhayiz, azoi, vide, helzer, vusse, vde, mizbayach, kuhayizhen, azoi, vide, karbunus, vusse, makerib, vde, 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 kamezbayach, azoi, vde, mizbayach, oke echol, vme, samsha, mizbayach, kailum, musmein, mizbayach, gyon, shumar, harai, hayimolai, de, machzis, an, of mir, kayyum, azoi, vide, kayalum, musmeitit, sharon, vade, de, ashti, deshin, kamiz, rukkois, azoi, vbe, bekenis, shishlich, musmeitit, mizbayach, zan, dem, blit, kamiz, logis, azoi, guplik, usmeitit, iberdre, de, chaluvan, vajivram, vichai, jöitze, behen, vichai, ne, ue, me, re, zog, tere, hayimolai, ke, heichol, vajus, zan, zog, vada, heichol, vum, visamikdish, adekiri, shallayim, harai, ayli, asir, vavus, vuz, vuz, ha meintze, zôzun, moite ala, sachen, is, korban. Medafni, shtavgesung, de, vart, korban, ne, esn, es, viya, korban. Siz, genigas, red, sachen, vuz, vuz, sotse, timad, de, korban, aber das meine und der Grunde, wo es kein Gehörschter ist das alles, was in ihnen liegt in dem Gedanken, das in ihnen liegt ist, wie gesagt, es ist ein Gehörschter der Gehörschter der Gehörschter die Tür zu hören heute kommt ein Gehörschter die Ruhe zu erhebten in den Gehörschter die princeskutzt die Gebetschter der Gehörschter und auch der Wallach die besucher ist ein Gehörschter für jeden der Alten zu essen das ist ein Gehörschter und dass das Gehörschter aus dem Gehörschter Er hat einen kleinen Schuh geäußert. Er hat einen kleinen Schuh geäußert. Er hat gesagt, dass die Schuh geäußert ist, der Schuh geäußert muss. Jeder sagt, dass er mir gesagt hat, er meinte zu sagen, ich dachte, ich sage, ich sage, du hast die Schuh geäußert. Als er mit dem Schuh geäußert, wird er einfach in der Schuh geäußert. Die Menschen, die geäußert werden, werden sie wissen, dass wir hier etwas von seiner Werte machen, dass er sich geäußert ist. Die Gemeinschaft zu sagen, er will dies in der Ecke, es bedeutet, dass sie in der Scheurig finden, was sie ausweichen. Der Staat bekommt die Schuh geäußert. Er hat die Gemeinschaft zu sagen, was er will mit dem Schuh geäußert. In der Gemeinschaft zu sagen, wer will sie mit dem Schuh geäußert, wenn sie das Fleisch von einem Schuh geäußert werden, heilt die Däume durch auch ausmacht. Er macht uns ausmacht. In der Gemeinschaft zu sagen, wo Jesus von einem Schuh geäußert wird, ist es mittig. Und du, Menschen, sich den Beforschen, mit dem er schreibt, als wir können sagen, wenn er fertig ist, ist es gut, weil er die Schuße bei dir ist. Der Käsef Misch, der sagt, er geht drauf, weil er steht, aber er steht auch im Verkehr. Lefnei ist richtig dumm, er reist im Mittig. Das meint nicht nur, dass er richtig dumm ist. Wenn er nicht richtig dumm ist, Bechor ist, man der Herrscher, es gibt die Schraube, aber in der Grunde, es ist anders als bei der Schlamm, wo es der Schlamm, hat der Mensch, er aufgelegt auf dem, die Kiddische, die Meile kennen, als der Tafus. Es ist das ein Jamm, der Nisig von Rambam, so wie es ist. Haleuche, es ist ein Zayim, 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 wie die Menschen dort, haben nicht klüren, luschen. In Maffsidenis, luschen, es ist ein Zayim, Maffsidzahn. Sie drücken sich aus, auf andere Wegen, holchen, schaum, achher, ach, 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 wenn einer hat sich geäßert, bei euch von Korm, weht es, tak, us, es, weht es, wie er nieder, ist hier den, wenn einer hat genützt, ein Knie von Korm, was meint, das ist, wie immer ein Mensch, das soll, Haleuhe, ach, 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 heißt, lass mal sagen, er sucht, dass Koynam ist, pink, das soll geht wie Korben, und der Mensch hat er über Koynam auch nicht gesucht, er gesucht etwas ähnliche Wort zu Koynam, er sucht, ach, Koynam ist ein Gitte Wort, ich soll sagen, Koynamuno, oder Mekanamu, ein Psezaami Wort, jetzt schon gemacht, das Knie von der Knie, zwischen dem Psezaam beginnen, von Kale, Schein, die Haine, in der Waschel, das ist ein Zivad, mit Turen, es ist mit der Bein, bei der Isser, bei der Niedere Hegdisch, Hallo, Hige, und der Christus, die Haine, Haine, und der pit strawberry, und der Mensch hat er über Koynam, die Menschen sagt, dass sich im Zivad, das soll nicht sein, das soll nicht sein, das soll nicht sein, Koynamun, er will sich Asern, nicht zu essen, mit denen. Haine, und der Gott, das soll nicht sein, du hast er über Koynam, Niedere Hegdisch, Ducher bedeutet, Tuhar, auf Aram, das soll nicht sein, oder Gott, du hast er über Koynam, Das heißt, das ist so, 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 aber dann kommen wir wie ein Heichel. Aber ich sehe doch, du hast die meisten zu sagen, das Wort Heichel, sich zu essen, als so wie die Heichel ist. Weil dann muss sie noch sagen, Scheloi euch haben. Scheloi, sucht dich alles. Ich will nicht essen. Elumai, das Nordzieger, als das Wort Heichel, zu sagen, ja, du weißt, wie stark ich will schweren, als ich will nicht essen. Ich will auch viele schweren, in Numen, für wehmen, in Numen von dem Heichel. Der hat sich schon gesagt. Wir kennen schweren in Numen von dem Heichel, wir kennen schweren Mishai Maschem. Wenn du nicht das Heichel, auf dem man sich unzulegen ist, ist es gut nicht schwer. In der Kiddushis, auch der letzte Fall, loih Heichel, scheloi euch aloch, wird man erkennen, oh, es ist nicht wie das Heichel, wo es sich wohl nicht essen. Es ist manchmal, es ist ja wie das Heichel, wo es sich wohl ja essen. Wollt gedau, was an Usse zu essen, mit dem Chavar. Und dann geht es über Rabe, wo es mir fliegt, es tut, aber es tut nicht, man schlau lauva, das ist mir ein. Haluchach auf dem Gehmer. Wo immer nach der Chavar, Mider an ihm im Chou. Wo es meint Mider, Mashmedu verzeh, scheloi yedaber im Ebert nischreden, mit dem Mifrishanim im Chou, mashmui shelo Yisuvit, im Ebert nischhandel, mit dem Mereichakanim im Chou, mashmui shelo Yaishe, vah 4 Amoissach. Iswentzich altsinere Shoin, iswentzich altsinere Shoin, iswentzich altsinere Shoin, im Umeh meneid aniloch, oih mishamatna mimoch, meintes, oh, chavet nischitzin, nidala damach. Aber, bo um a loih Mideranim im Chou. Wo es meintzich altsinere Shoin, azagayit nischreden betem, a loih Mifrishanim im Chou. Wo es meintzich altsinere Shoin, a loih Mifrishanim im Chou, oih Mifrishanim im Chou, shelo Yoychalach. Oih Mereichakanim im Chou, shelo Yoychalach. Haraih zeyu selechloib, tura nischessen, vahle b'nferrish, sgayit arofa fessin, vimuchu kizayis mikon nechus, a loih Mifrishanima kizayis, fina alaf amegens tuzama, fina dem Mensh, vusetzich geasset, loike mishim lo, yachal devuroi, haluchechuk dalad, um aloi, menei dani lechu shelo yoychalach. En etz talushan, vim menei dani lechu, vizgeweintlich meintezidala damas, izhaluche zoi, aina oiche looi, abar vimuchu aina loike. Du, ommeres ashti kele sufic, zi ameint takke, shtamzich zedewatern, wal nidhi izayir nishmashma, zameint achille, nidhi meint halushan, vim nuvenot, azayi dewartetzich vajenum, zamezik per esenbe eem, tume nishabemalkis af demet nija. Oum aloi, nu dinne me mag, zahog halushan takke, nuvenot, men nidiz halushan van nidhi, men diniz halushan van nuvenot. Eg ait aweggen van neem, reizze usse lehen, zuse zah echte halushan van es badles, en toe begleunen shanom van neem. Haluchechuk vaj, u oebelach hawaayra, menechke zoi, harayu laike nidra irishoen, im oich haloch. Er neemt zich hinter sozana, zoi wie de neder van arushan. U s meint, de gemurha zoekt azeine, wos mach na durem, chod schafu leher halt waard, ez mekaim, heist a rushe, wos er steinlich is, sech da lindar, is of er mach na durem, loie bechuchai. I s maaschma di, wos mach na durem at achech. I zoekt aze, zuzah na soe, ben nidra irishoen, im oich haloch. In de mensch leik zi en zanissach, en a zoekt azoi, shem min nidraim, nuzeer, vi korb me schwee. Wos vishen seire na durem, zuzah mach na sorten na durem, na zire, zun zem mekaim, korb me schwee. I s maaschma di, eit peretnish, ufe ken echte rushe, a echte rushe, ii mach nish kan na zire, sin karbunus. I meint an eeliche mensch, wos ligga ba daim, beter umgerifam, balushe chazal, ashticke le rushe, med dem, wos zah mach na durem, acham moire, tush ken halten woord. I s bus hat ege zook, ege zook, ich will nish essen badir, oibyoss, zain of mir, a zoi wie zaya, wos an emme zech hint, a nuzi kormen schwee, vwe uchal, sovke so wat ege zesn ba jene, wos hat ege zoolt, zook ter chai af de kilom. De weiswod, diis dich mekaim geween. Das dich mekaim geween, oid des jo essen ba jene, zol es arofgain of dir, haray u laike nidra i reshoem, a diisos wehren a nuzir, wale tege zook, zau zah naf mir, a zoi wie de neder, wos an zayren, durem, is kulel, ne zires, karbunen, schwees, heis es, et a verna nuzir, ene da brengen a korm, eulis, tam a korm, en schwee meint, et a of gesook, ich schweer, chil nisch essen ba dir, wos den a te gemeint zesung, di chailik van schwee, so zah naf mir, a zoi wie a schwees, chil nisch essen ba dir, kundus a ter oiwege, gewein af a schwees bitti, davor bekeimen o di malkes, wich haine oi na mensch, durem, 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 brengen a duwez, na duwez, nisch kein problem zesung, mal a zook, a rei zi, a vorda soweit, verloyern, mis in a schmechie, wachri isoi, nacho nisch moyro, mis at a roske, man am ichschel, ezoi bzookte, lich nemech hintek, nid was kishayram, in a leikzi, shem in a dwoisam, nuzir, vikarmen, a eilach, iit schweet nischkeim, af a dem steit schoen, is du, schweer, ab a se stei, du, a zwischendene duwez, wuzi nemezich hinter, is du, as a zacht, van nuzir, wakarmen, na zetam, dat a schwache, man niet, wele weeren an nuzir, adere brengen karbounes, beoifen, vinde duwe, harai zi, chayef, is zi, chayef, wuzi heis, et aftakke weeren an nuzir, en brengen karbounes, hallo gechewoob, oma, ubezoekt a rai, ulai, ken nidraire schoem, et vadreit a bussel, de le schoenus, a nidraire, a nuzir, a schwie, du sucht da guanisch, stammel so knidraire schoem, suche ich, uzer, chayef, nisch, me fahrisch, gewen guanisch, ich weiss aber, wo so meint, er darf schon schoen, du de ward, schwie, dus werd ungerief, judeus ne durem, ken a durem, vinde man gered, wen kenie, man andere sord luschen, a kenie, stutzkarben, so knie, koeunen, a du gai ma sugen, a mensch, wuzugt ar osa, mas schmoes, so wie a hentl, fin de keile, haiptof de ganse keile, judeus ne durem, so wie a nidra, a fila, sugt nisch, de ward, fin schwie, sicht za assen, oma, o buzugt ar ken nidraire, gscheirem, nisch, hae bekleben, oi buzugt ar fakir, vi a nidra, wuz ehrliche iidn mach, ma tach, schmiss, ehrliche iidn mach, nisch, ka nidra, ssha eina, xcheirem, nodra, med derech, ssir, wikas, ado fakir, oma, dazug, ken nidraire, sshuha, ma reini, loma, zung, du, a gait, mit gheere, gelooshen, a zoe, vi a nidra, wuz ehrliche iidn mach, de waw, buzha, ssha, ssugt es, woy, nusir, oi, vwel, fuh, nusir, gait, nusir, chai, vana ziris, an de gemeente, ssung, an de ziris, ken nidraire, sshuha, molai, chai, fkar, oi, buzha, tazug, tazug, ken nidraire, sshuha, vriet, tazug, nidraire, sshuha, azok, nisch, essen, badir, verstaid, mwuzha, 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 ussha, ado, nidraire, sshuha, zolh, zan, in ssigai, dadaire, nusir, meint, tazug, nanuzi. Also, tazug, 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 ken nidraire, sshuha, mwuzha, tazug, chai, fkar, da, vriet, karb, oile. Tazug, 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 Tazug. Tazug, theyg, Naudze, nisir, tazug, da, tazug, 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 das ist schwer, aber du hast ja keine Brüder, wir haben zusammengesucht, ich will nicht essen von ihm. Ich sage, ich meine nur, der Essen, nein, ich will nicht essen, das ist schwer. Der Weg, wie soll er sucht, das tut es so nicht schwer, er sucht, ich will nicht, es muss auch schwer sein. Ich sage, der Neudr war teurer, einer, was macht der Neudr auf der Teure, ich sage immer, Peiris, Eili, Ulai, Kesi, der Peiris, so wie der Teure, ich habe immer die Klima nicht gesucht, er wird nicht außer mit dem, weil die Kedische, der Teure ist nicht nur, dass der Neudr, was ein Mensch kann manchen fest in der Neudr, sondern man전 ich겠다. Also wenn du zufrieden snackest, das ist automatisch context. Also wenn du zufrieden, und du zufrieden, Und er sucht, wo sie steigt in der Teure? Weil wenn er sucht schon in der Werte, wo sie steigt in der Teure? Wo steigt in der Teure? Schrei, Kuss, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Also, wenn er sucht, kickt er an, in jener Zettel. Und dann soll er so sagen, die auf mir, wo ist er. Und wir kickt in jener Zettel, und man sieht, sie steigt, da war er, wo ist er. Nun, als er sucht, wo man sie kuss, meint er zu sagen, ein paar, so ist, wie sie steigt, wegen der Isse, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und er sucht, wenn er in der Teure ist, in der Hand dran, wenn er mit der Teure ist, heisst, wie sie ist, wie sie kein Umweltschern, nehmt er, wo ist er. Es ist so, wie? Er wird mit der Teure ist. Ob er mit der Teure ist, muss er, wo ist er, wo ist er? Wenn sie sagen, alles ist, wo steigt, und man will er mit der Teure ist, Er hört sich in das Bedeutage, wenn man die Beine betrachtet, wenn man nicht nicht will, wenn man nicht will, sich nicht mehr geht, wenn man nicht will, neither bin ich ein Beinig, weil er sie nicht hat. So ist es bei einer Teure ist, mit der Starkheit, mit der Ernestheit, mit der Meile ist es also wie ein Nieder. Haluche Lamed. Die Bibel ist auf mir, also wie eine Mama. Wir tun nicht mehr mit der Mama oder der Schwester. Wir tun nicht essen kein Orlo oder der Kleine. Aber es ist gut, nicht geschehen. Weil eine Reise kann immer an der Peiris, das ist eigentlich ein Bessar Chaser. Die Bibel ist in der Mitte der Ochlam, wie man mit einem Bessar Chaser, so wie die Peiris, man kann essen, viele haben einen Bessar Chaser, also wenn man gerade den Umfang Peiris weil du es nicht kennst, aber Hanu, das ist ein Bessar Chaser, kann ich mit ihr beischt. Aber wir tun nicht mehr mit dem Bessar Chaser. Ihr Hanuas Taschmischeich Asire Ulai, das ist ja Asire Ulau, das ist ja ein Bessar Chaser, weil du es in der Gehegele Schöne findest du nicht mehr mit dem Bessar und es hat sich geassert, die Hanua zu haben von ihr.